Was würdet ihr machen, wenn ihr Ronaldo Moments aus dem Nichts ziehen würdet? Jesus, die A-Sports, ich lutsche euch ab! Und danach will man unbedingt mit ihm ein Video aufnehmen, weil man halt YouTuber ist und FIFA-Videos macht. In einem Format, in dem man, ja, in 90% der Fälle diskadet. Es war schon von Anfang an im Teambau zum Scheitern. Verurteilt. Zwei Bronze-Karten. Und dann kam noch im Spiel diese unglaublich brutale Fehlentscheidung beim 0 zu 0. Schiri Elfmeter! Es musste so kommen. Ich hab umgestellt. Du darfst diskaden und zwar vier verbrickte Spieler. Es musste leider so kommen. Also ich muss auf jeden Fall die Stürmerposition nehmen, weil ich sonst bereuen würde. Ich werde den Scheiß von Aldo diskaden, Mann! Oh, man. Oh, man. Ich könnte jetzt als Trost sagen, mach die Pato-SPC für 85. Oh, no, no, no.